Ja, Servus aus dem schönen Ispertal. Wie ihr seht, der Schnee ist da. Winter ist coming, rechtzeitig zu Weihnachten. Aber, was ich euch natürlich ein bisschen anpreisen möchte, wäre dieses tolle Grundstück hinter mir. Über 3000 Quadratmeter, ein Teil Bauland, ein Teil landwirtschaftlicher Nutzung, Grünfläche. Wäre natürlich ideal geeignet zum Bebauen. Und zwar mit unten in der zweiten Reihe. Ist auch ganz gut, weil die Bundesstraße läuft da vorne. Und in diesem Sinne zeige ich euch jetzt natürlich mit der Drohne ein paar Aufnahmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ich weiß, es wird mit dem Schnee ein bisschen schwierig zu erkennen. Bitte auch die Bilder, vor allem den Plan und die Widmung einsehen. Ich stehe für telefonische Rückfragen unter 0664 60 517 517 90 zur Verfügung. Mein Name ist Reinhard Lenbacher, ich bin von Reifeisen Immobilien und würde mich sehr, sehr, sehr freuen, hier in mein südliches Waldviertel jemanden ansiedeln zu können. In diesem Sinne, hoffentlich bleibt der Schnee ein wenig und ist nicht nur heute da, damit die Kinder einen Spaß haben und wir wachsen dann auch. In diesem Sinne, Tschüss, Baba, danke fürs Reinschauen. Untertitelung des ZDF, 2020